Musik Ich heiße Pauline, bin 21 Jahre alt und nehme heute ebenfalls beim Handlettering Workshop teil. Mir macht es Spaß kreativ zu sein, eigene Karten zu gestalten, Plakate oder einfach schöne Geschenke zu verzieren. Deswegen nehme ich heute teil, es macht auch Spaß und generell bin ich hier des Öfteren im Kühlhaus und nehme an Workshops teil. Hi, ich bin die Marie, ich bin 20 und ich bin heute hier zum Stick-Workshop im Kühlhaus. Ich bin schon öfter im Kühlhaus gewesen, das letzte Mal im Weihnachtsmarkt, also beim Weihnachtsmarkt im Kühlhaus. Und ich bin jetzt interessiert, ein paar mehr Workshops mitzumachen, ein bisschen was mit den Händen zu machen und Richtung Hausarbeitssachen ein bisschen zurückzukommen und dann vielleicht auch schöne T-Shirts zu überstücken. Musik 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 Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen hier den Kurs Handlettering im Kühlhaus Görlitz. Wir treffen uns einmal im Monat, meist am letzten Mittwoch im Monat und führen für anderthalb Stunden hier so einen Kurs durch im schönen Schreiben. Dieser Kurs ist offen für jedermann, der gern schreiben möchte, für jede Frau, die gerne schreiben möchte, die die Handschrift ein bisschen vervollkommenen will, die mit der Schrift etwas ausdrücken will, zum Beispiel schöne Geburtstagskarten, Einladungen, Hochzeitskarten gestalten. Alle, die Freude haben, da noch verschiedene Sachen auszuprobieren, dieser Trend, den sieht man ja jetzt in vielerlei Hinsicht. Und ich bin froh, dass immer wieder Leute hier herkommen und auch dieses Kühlhaus damit beleben. Diese Initiative im Kühlhaus, überhaupt diese Kühlhausinitiative finde ich fantastisch. Die jungen Leute, die hier so viel auf die Beine stellen, Konzerte, Skaterbahn, Siebdruckwerkstatt, Fotowerkstatt, Häkeln, all das wollen wir beleben. Gerade die kreative Szene mit Kindern, mit Erwachsenen, denn diese Einrichtung ist für jedermann da. Jeder kann hier etwas finden und außer Hexenfeuer und Weihnachtsmarkt gibt es eben im Kühlhaus noch viel mehr zu entdecken. Und alle, die Spaß und Freude daran haben, sind herzlich eingeladen, am letzten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr hier mit teilzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020